Ich teste eure Anmachsprüche. Warum tue ich mir das eigentlich an? Du bist die süßeste Praline der Welt, darf ich deine Füllung sein? Junge, du bist vielleicht gerade mal 13 und schreibst sowas. Weißt du, was das bedeutet? Skip. Wenn du mein Baum wärst, dann wärst du ein sehr schöner Baum. Das ist extrem dämlich, Mann. Aber danke dir. Skip. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Ah, da kommen wir schon der ganzen Sache ein bisschen näher. Trotzdem nicht gut genug, Skip. Sind deine Eltern Maurer? Du bist nämlich verdammt gut gebaut. Ah, danke. Ach, ich finde den gar nicht so schlecht, du. Aber es geht noch besser. Ich habe meine Enderperle verloren. Willst du meine Perle sein? In Minecraft finde ich sehr gut. Aber ich glaube, dass die meisten in meinem Alter das nicht lustig finden würden. Ich aber schon. Eisen schmilzt bei 1064 Grad, doch mein Herz schmilzt bei deinem Lächeln. Ich glaube, das ist der Beste bis jetzt.